... ... ... ... ... ... ... ... Denn am Eikertsee ist die Vielfalt und die Dichter auch relativ überschaubar. Ja, unsere Gruppe hier. Wo ist die Dichter? Ja, dass sie die Dichter sind. Wo ist die Dichter? Das war's für heute. Aufstehen. Und hier die alten Gemüse ist ganz schön, schöner Heim. Die Gemüse ist ganz schön, schöner Heim. Die Gemüse ist ganz schön, schöner Heim. Soll ich ihn drauf machen? Die Kuba-Amazonen. 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 Das ist ein kleines, oder? Ja. Das ist ein Papier. Baruch. Der Richard ist groß, der Richard. Der Richard sieht uns. Genau so ist es. Da war noch eine Westpause. Dann sind wir noch ein Stück weiter. Eigentlich, weil das ist natürlich ein bisschen geile und ja. So, dann ziehen wir. So, dann gehen wir. Das ist so ähnlich. Ja, das ist so ähnlich. Ja, das ist so ähnlich. Ja, meine Mittagsprache. Aber vorher müssen wir nicht noch schön abwaschen. Und? Ja, das ist so ähnlich. 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 Das ist so ähnlich. Ja, das ist so ähnlich. Ja, das ist so ähnlich. Ja, das ist so ähnlich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist ein Kuhloch, oder? Ja, das ist auch bei der Höhe. Das kommt doch wohl auch gut aus. Das ist doch wohl. Hey, hey! Warum? Ja, muss ich sehen. Hier ist nichts. Der Alkalypt ist da. Der Alkalypt ist da. Der Alkalypt ist in der Hälfte. Der Alkalypt ist in der Mitte von den Alkalypt. So, die haben mit dem Alkalypt wieder Knall gesengedet. Durch die Musik der Alkalypt ist in der Mitte. Der Alkalypt kommt in der Mitte. Die Alkalypt ist heuer. Jetzt kann ich nichts mehr an. Hier haben wir einen Alkalypt. Der Alkalypt ist in der Mitte. Oder? Ich bin klein zuilen. Oh, das ist ein Schimpanz. 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 Oh, das ist ein Schimpanz.